Ich lerne Deutsch. Nummer 14.911 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich wünsche dir wirklich, dass du morgen das Examen mit Auszeichnung bestehst. Ich wünsche dir wirklich, dass du morgen das Examen mit Auszeichnung bestehst. Das ist ein interessanter Vorschlag. Ich werde wahrscheinlich zustimmen. Das ist ein interessanter Vorschlag. Ich werde wahrscheinlich zustimmen. Ich habe Wolfgang Weihnachten 2021 kennengelernt. Nach fünf Monaten haben wir geheiratet. Das Ergebnis der Therapie war ein neues Leben für die Patientin. Das Ergebnis der Therapie war ein neues Leben für die Patientin. Das Ergebnis der Therapie war ein neues Leben für die Patientin. Jan fuhr gestern früher los als sonst, um den Stau zu vermeiden. Ich schätze deine Meinung sehr. Zeige Mut und Zuversicht bei allem, was du tust, dann kommst du im Leben schneller voran. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.